Mac-Only-Tipp. Wie Sie unter Mac OS 10.5 Leopard blitzschnell jeden Menü-Eintrag oder Filter finden und anwenden, erfahren Sie in diesem Video. Der nächste kurze Tipp, den ich Ihnen zeige, ist wirklich kurz und betrifft in dem Fall leider nur Mac-User oder zum Glück nur Mac-User, je nachdem, wie man das sieht und von welcher Fraktion man kommt. Wenn man das Betriebssystem Mac OS 10.5 Leopard benutzt, hat man hier die Möglichkeit, unter Hilfe dieses kleine unscheinbare Fenster zur Hilfe zu nehmen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einfach was reinschreiben und diejenigen, die Spotlight kennen, wissen, dass eben mit Spotlight es sehr schnell möglich ist, Dokumente, Dateien, Metadaten zu finden. Und ich kann mir nie wirklich merken, wo eben dieser Befehl Ebene, Teilen sich findet. Befindet sich unter Komposition, unter Ebene, Bearbeiten? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht merken. Dementsprechend kann ich hier einfach mal anfangen zu schreiben Ebene und dann sehe ich auch schon, dass sich entsprechend alles hier runter bricht sozusagen auf einen einzigen Punkt. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus über Ebene, Teilen gehe, dann sehe ich auch schon, dass das Menü hier aufplöppt, geöffnet wird und diese Funktion mir dargestellt wird. Das heißt, es ist unheimlich schnell, hier bestimmte gesuchte Befehle zu finden. Das heißt, es ist so ähnlich, als würden wir in der Effekte- und Vorgabenpalette irgendwas eingeben, nur dass sich das global auf alle Menübefehle innerhalb von After Effects bezieht. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel die Enter-Taste drücke, wird auch gleich dieser Befehl ausgeführt und diese Ebene wird mir hier geteilt. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit verschiedenen Effekten. Wenn ich jetzt also zum Beispiel nach Verwackeln suche, dann sehe ich jetzt hier alle Parameter und alle Menüobjekte, die eben mit Verwackeln hier vorkommen. Zum Beispiel Weich- und Scharfzeichnen verwackeln, Textauswahl hinzufügen verwackeln und Verwackeln verwackeln innerhalb unserer Fensterdarstellung. Das heißt, man hat hier wieder einen sehr schnellen Zugriff auf die verschiedenen Parameter und das allerdings nur auf dem Mac.